Hallo, heute zeige ich dir, wie du dir einen Account auf eTudo anlegen kannst. Dein Account ermöglicht es dir, Zugriff auf die Stücke zu haben, um die App zu nutzen. Du hast per E-Mail, Messenger oder ähnliches einen Link bekommen, zum Beispiel von deinem Direktor oder dem eTudo-Team. Falls du den Link nicht bekommen hast, frag doch bitte bei deinem Direktor nach. Dein Link schaut in etwa so aus. Du kannst ihn jetzt einfach antippen, damit er direkt im Browser aufgeht. Oder du tippst den Link kurz selbst ab. Das funktioniert auf dem Computer, Laptop, Tablet oder Telefon, was dir lieber ist. Mache dafür auf deinem Gerät einen Browser auf, zum Beispiel Chrome, Firefox oder Safari oder einfach Google und tipp den Link ab. Den Teil mit HTTPS brauchst du übrigens nicht abzutippen, das wissen die Browser meistens selbst. So, ein Fenster geht auf. Trage hier deinen Vornamen, deinen Nachnamen und deine E-Mail-Adresse ein. Denke dir ein schönes Passwort aus, eins, das du dir auch gut merken kannst. Klicke dann einfach auf Registrieren. Fertig. Du bist in die Tudo drin. Ganz viel Spaß. Klicke dann einfach auf Registrieren.